Könntest du denn jemandem empfehlen, dann nach Mallorca zu fahren, Urlaub zu machen? Auf jeden Fall, ja. Also im Sommer ist es natürlich super toll, aber wer es eben verpasst hat, im Sommer hinzufahren, dann hört sich auch im Oktober mal hinzufahren. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Also würdest du auch gerne nochmal dahin umreisen? Auf jeden Fall, ja. Bei Gelegenheit. Ja, ich würde auch nächstes Jahr auch im Oktober gerne hinzufahren. Also im Oktoberfest finde ich schon ziemlich interessant, dass man das erleben kann, ja. Könnte man jetzt gar nicht denken, dass du ganz so viel Party machst, Party machst, unterwegs bist? Naja, ich mag schon Partys, besonders in Mallorca. Genau, das ist nicht schlecht, wenn man ganz viele Leute treffen kann. Genau, also man kann schon sehr leichte Kontakte kommen bei Paloma, also wo ich da war. Also beim Oktoberfest, da sind ja auch meistens Deutsche, deswegen ist es sehr leicht. Also jeden, den du ansprichst, ist eigentlich fast jeder ein Deutscher. Ah, das ist klar. Wahrscheinlich, weil die Deutschen dann ganz tolle Party-Fans sind und dann dahin gehen. Ja, und sogar die meisten sind sogar aus Bayern. Die meisten, ja. Deswegen, wenn du jemanden nicht verstehst, dann ist er eben aus Bayern. Ja? Ja? Ja?